Die deutschen Fußballerinnen bleiben in der EM-Qualifikation auf Erfolgskurs. Die DFB-Auswahl gewann auch ihr Rückspiel gegen die Ukraine mit 8 zu 0. Beim Sieg in Aachen gelangen Clara Bühl und Lina Magul jeweils drei Treffer. Die Freiburgerin Bühl eröffnete den Torreigen zierstrebig in der siebten Minute. Nach Gwins 2 zu 0 erhöhte Mittelfeldspielerin Magul vom FC Bayern München auf 3 zu 0. Und kurz vor der Pause auf 4 zu 0. Die Elf von Martina Voss-Teglenburg zeigte bei einem souveränen Auftritt viel Spielfreude. In der zweiten Hälfte die erst 18-jährige Clara Bühl erneut erfolgreich. Binnen drei Minuten gelangen ihr gegen die Ukrainerinnen zwei weitere Tore. Nach Leupolds Treffer setzte vor 5.500 Zuschauern Magul mit dem 8 zu 0 den Schlusspunkt. Im nächsten EM-Qualifikationsspiel tritt Deutschland am Dienstag in Griechenland an. Eergua Eer proxim votes Eergua Eer Bettuna Eer 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 Vielen Dank.